Hallo und willkommen zu meiner Reaction zu der Mandalorianer zur dritten Staffel. Dann ziehen wir uns mal den Thriller rein. Du musst auch wissen, wie man durch die Galaxis navigiert. Auf diese Weise wirst du nie verloren sein. Oh, die Effekte, jo. Ich gehe nach Mandalore, um Vergebung für meine Vergehen zu erlangen. Möge die Macht mit euch sein! Das ist der Weg. Etwas Gefährliches geschieht dort draußen. Und wenn's so groß geworden ist, dass man's nicht mehr ignorieren kann, wird es zu spät sein. Festhalten, Kleiner. Das ist der Weg. Oha! Ja? Also, ich weiß nicht. Also, ich bin mal ganz ehrlich. Also, Staffel 1 und Staffel 2. Meiste weg. Perfekt. Aus meiner Sicht. Aber bei den Twillers zur dritten Staffel, ich weiß nicht. Ich kann mich natürlich auch irren. Okay, alles klar. So, ich hoffe, meine Action-Show hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was ich auch immer mache. Bis dahin. Ciao.